Der 1. FC Köln muss am Freitagabend eine bittere Heimniederlage gegen RB Leipzig hinnehmen, die aber dem Spielverlauf und den taktischen Umständen nach leider folgerichtig war. Denn Leipzig hat tatsächlich die gleiche Formation im Ballbesitz genutzt wie die Bayern zuletzt, vor allem gegen Lazio, nämlich ein 3-1-4-2. Und das sollte sich gegen das gewohnte Kölner 4-4-2 als echt guter Matchplan von Rose herausstellen. So ist Schlager oft abgekippt in einen Dreieraufbau, mal zwischen die Innenverteidiger, aber meistens eben halb links neben die beiden Innenverteidiger. Die Außenverteidiger konnten dann eben beide hochschieben. Und dann hatten wir eben die klassische 3-1-4-2 Struktur im Halbraum links, Xavi Simons, rechts Dani Olmo, die sich immer mal wieder fallen lassen haben, um das Vakuum von Schlager aufzufüllen und da auszuhelfen, sind dann aber gleich wieder nach vorne, das sieht man ganz gut beim frühen 1-0. Da war es wie so oft, Xavi Simons, der kurz kommt, spielt den Ball, geht dann aber direkt wieder nach vorne und sobald Leipzig einmal das Mittelfeld von Köln überspielt hat, in dem Fall ist es Orban, der in dem Spiel aber mehrfach linienbrechend die Kölner überspielen konnte, dann verteidigt Köln halt hinten mit einem 4 gegen 4, was sogar noch positiv ist. Je nachdem sind auch noch die Außenverteidiger dabei und da war einfach die Formation von Köln gegen den Ball, das 4 für 2, nicht unbedingt ideal. Leipzig spielt es dann natürlich auch gut aus, aber wenn man halt in solche Situationen eingeladen wird, dass man da mit 4 gegen 4 auf die Kölner Abwehr zugehen kann, dann ist es mehr oder weniger auch folgerichtig. Nichtsdestotrotz kamen die Kölner ja durch eine Ecke direkt zum Ausgleich und dann lief es eigentlich ähnlich weiter. Leipzig hatte viele Chancen in der Halbzeit 1, hat diese nicht genutzt und das war dann für mich unverständlich. In der Pause spätestens hätte Schulz umstellen müssen auf Kölner Seite, aber man ist einfach komplett gleich wieder aus der Halbzeit rausgekommen. Weiter in dem 4 für 2, es lief zwar zunächst echt gut, weil man halt auch Selbstaktionen mit Ball hatte, dementsprechend wurde Leipzig nicht allzu oft gefährlich, aber sobald diese halt den Ball in den eigenen Reihen hatten, dann war man hinten doch wieder anfällig, weil die Struktur einfach perfekt gepasst hat, um die Schwächen der Kölner auszunutzen und so war dann eben auch das 2 zu 1 echt gut herausgespielt. Da ist es Schlager, der links antribbeln kann mit seinem starken Fuß, spielt dann wieder Linienbrechen durch das Zentrum der Kölner, die da eigentlich mit 4 Mann stehen, darf so eigentlich nicht passieren. Dann spielen sie es halt einfach gut aus. Francesco, gutes Linkerplay auf Simons quer auf Openda, muss man halt einfach loben und die Kölner haben da dann kaum Zugriff, können es nicht verteidigen. So war es auch schon in Halbzeit 1 eine Aktion, wo Schlager antribbelt, da setzt der Raum auf außen ein, der kann dann über das komplette Zentrum hinweg. Flanken auf den anderen Außenverteidiger mit Henrichs, der dann auch frei ist, weil die anderen 4 Offensivspieler von Leipzig alle 4 Defensivspieler von Köln binden. Und spätestens da war mir eigentlich klar, dass man bei Köln umstellen muss und das ist nicht geschehen. Und dann ist man hinten raus halt auch noch auseinandergebrochen, hat noch mehr Gegentore bekommen. Und für mich ist es halt schon ein bisschen unverständlich. Stell doch einfach um. Man hätte da viele Möglichkeiten gehabt. Vorne eine Dreierreihe, um den Dreieraufbau Mann gegen Mann zuzustellen. Oder einen 4-5-1, um das Zentrum kompakter zu machen. Oder vor allem eine Fünferkette, um in der letzten Linie nicht so oft überladen zu werden. Ich will mir gar nicht anmaßen, zu sagen, was man hätte machen müssen. Aber irgendwas wäre halt schon von Vorteil gewesen, weil so wusste Leipzig, was auf sie zukommt. Der Matchplan war genau darauf zugeschnitten. Und da halt überhaupt nicht umzustellen, ist für mich ein bisschen fraglich. Und deshalb ist für mich der Sieg von Leipzig auch folgerichtig. Das soweit meine Analyse zum Spiel. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst mir ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.